Au! Jetzt wollen wir einfach mal knallen. Oh! Uh! Nee! Weißt du, Chat findet das immer gut, wenn ich scheiße. Jetzt machen wir richtig. Oh nein, was soll der Scheiß? Komm, komm! Kame! Kame! Oh, ich bin pleite! Nein, 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 nein! Klopfen ab! Der Wichser war doch nicht zum ersten Mal als Champion oder so! Nein! Oh, der sagt doch, der ist von Jacuzzi oder so. Ja, ich bin Jacuzzi. Kannst du einfach nicht mit Kioda genehm über Leben einfach werden? Ich weiß nicht! Wieso denn? Hast du dich die ganze Zeit lang gebaggert? Ich dachte, der wäre Single! Ich brauche gleich irgendwann irgendwas, eine Kleinigkeit zu essen. Wie war das jetzt nochmal? Makua Kalakoa Makua Kalakoa 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 Robson hat nämlich kleine Pimmel als Einkaufswagenchips gemacht. Die kannst du an den Eiern halten und in den Schlitz reinstecken. Pfand, kein Pfand, Pfand, kein Pfand, Pfand, kein Pfand, Pfand, kein Pfand, 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 Pfand. Ach ne, muss ja tiefer, Pfand. dem sind die ohren durchgefiffen verdammtes stück dreck du ekelhafter stück mini fahrer alter das ist ich sehe ja gar nix holy shit ich war noch nie gut im rassenspiel natürlich sind auf dem weg hier was hast du mit deinen haben gemacht einfach mit bbc oder sagen wir ihm einen anderen namen geben edu hart so offensichtlich so schön weggeschoben ja doch ich war in dir minus fünf zentimeter drin gewesen wie immer bist du schon drin racing truck engage wir müssen eigentlich erst mal die fungustour machen ne du und ich du bist schon fast eine erwachsene frau freue mich auf weitere zukunft die uns beide wahrscheinlich betreffen wird zukünftig ganz genau die zukünftige zukunft ich denke die betrifft alle von uns manche zukunft macht betroffen andere nicht manche andere zukunft macht besoffen ist es unterschiedlich machen sie es gut und maten 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 money maten Mann, ist es gut? Mach doch nicht. Super sexy aus, ey. Ui. Gut hart. Ich habe gerade gesehen, wie hier einer durchpaced. Er muss über 100 drauf gehabt haben. Der ist völlig bescheuert. Orangener Truck mit Piratenflagge. Haltet euch bloß von dem Fern, der ist gefährlich. Ui. 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 In die Einfahrt? In welche Einfahrt? Ja, hinter ihnen, genau. Jetzt rechts, 90 Grad rechts. Na klar, natürlich. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Und jetzt ist da dieser beschissene Springbrunnen. Super Hero. Ich habe sie ja nicht eingestellt, weil sie hübsch sind. Wow, aber das kann ich nur zurückgeben. Sie sind auch nicht gerade hübsch. Haben Sie sich den Satz mal genauer angehört? Ich habe sie nicht eingestellt, weil sie hübsch sind. Oh wow. Sie haben zu einem Zeitpunkt irgendeine Aussage über ihr Aussehen gemacht. Fuck. Und sie beleidigen einfach den Chef. Und der Hero. Hallo, alte... Ja, jetzt denk gut drüber nach, wie du mich jetzt nennst. Ja, das wäre unhöflich gewesen. Ich klar dir, Philip, ich saß ja. Das werde ich nicht klar und nicht nur das Enteignen, okay? Du Schwanz. Schwanz hast du mich genannt? Hör mal, du alte Bumsbude. Du mit dein 250, raff dich mal. Ich bin gut, um Freundschaften zu spalten. Die Leute nennen mich auch der Spalter. Kartoffelspalte vielleicht. Warum Kartoffel? Das hat doch nichts mit Kartoffeln zu tun. Weil du ne Glatze hast. Wieder auf die Glatze reduzieren. Na klar. Wie das, was ich hier im Hintergrund habe. Wie Lamellen, ja? Ja, Lamellen. Lamellen. Si, si. War bene. Ich merke schon, sind kulturell gebildeter, Mann. Mr. Worldwide. Ja, leck am Keks. Das ist deine Chance. Meiner ist so viel länger als deren. Okay, sie ist wirklich lustig, ne? Aber sie muss auch nicht in jedem Video drin sein. Doch, eigentlich schon. Au. Au. Genau den Nerv getroffen. Wuh. An den Beinen. Oh, Entschuldigung. Ich hol mir mal schnell was, ne? Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.